Thomas und ich kennen uns schon länger. Wir haben in der Jury gesessen für die Aquascaping-Championship. Mein Handicap, ich muss hier erst, hat einer extra die ganzen Kabel verwirrt, damit die Zeit weggeht. Hast du auch schon ein Aquarium kaputt gemacht? Ja, jetzt gerade. Musst du bezahlen, ne? Ein Hochdruckreiniger, du hast ja zum Sprühnamen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen too much ist, oder? Das ist jetzt auch nicht irgendwie jetzt, dass ich da... Wettbewerbsperzerung nennt man sowas. Erst mal ganz nah an einer Scheibe lang gießen. Damit wir wirklich keins von den Vulcano-Sachen da vorne dran haben. Ich habe ja jetzt hier meine gewaschenen Steine. Das war ja unser eigentlicher Mainstone. Guck mal, der hat ja sogar Moos von oben. Guck mal, der ist schon bewachsen. Der muss jetzt hier irgendwie rein. Los Mainstone auf. Kommt man gut überall noch ran, kann man auch die Scheiben vernünftig putzen. Den könnte man vielleicht gut dazusetzen. Muss ich jetzt mal überlegen. Ja, ne? Wird. Wird, wird, wird. Ja, so gefällt mir das schon. So sieht das jetzt von oben aus. Mach es einfach mit drei Steinchen. Hier kippen wir jetzt noch gut Kies auf. Muss ich natürlich noch so ein paar kleine Sachen hier suchen. Guck mal, sowas hier. Dass wir da auch ein bisschen so die Löcher zustopfen können. Das layout schon fertig. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Pflanzen. Mhhh. Wird ein Iwa Gummi. Das heißt, ich mache sehr, sehr, sehr wenig. Also sehr wenig Bepflanzung. Ich gehe das Risiko ein und mache Utrikularia. Ich weiß, das ist ein Risiko. Wenn die aber wächst, wird das der Hammer. So, wir nehmen auf jeden Fall die da raus. Die sind nämlich schon eingewöhnt. Die kann man schon gut benutzen. Guck mal, wie die hier schon verwachsen sind. Übertrieben. Hier, wir lassen sie drin. Wir nehmen, das ist hier Erika drin. Da habe ich ja gar keinen Nerv drauf. So, und die neuen haben wir hier unten. Da. Schöne vor der Töpfe. Seht ihr das? Und davon nehmen wir jetzt einfach mal ein paar mit. Joghurtbächer for the win. Ich muss ehrlich sagen, also alleine zu filmen, ohne Kameramann, das ist alleine schon eine Challenge. Das allein lässt sich das Battle ja eigentlich jetzt schon gewinnen. Ich zeige euch das mal, wie das da drüben aussieht. Da drüben geht das ganz entspannt. Schau mal, pass auf. Der Aram, der braucht nur Aquarium einrichten und der Master sitzt daneben und filmt. Genau. Ich kann das dann zwischen die Steine setzen. Was machst du denn hier? Das ist Luxus, ne? Wir müssen jetzt heute noch drauf. Weiß ich auch nicht. Macht man das so? Hab nicht verkauft. Mein Kies ist nass. Ach echt? Ja. Wie hast du das denn geschafft? Ich habe so ein Becherchen genommen und habe da so ein bisschen drauf gespritzt. Aber Mühe geben, weiß ich nicht. Nee. Es bleibt drauf. Ja. Spaß beiseite. Ich muss ein bisschen Gas geben. Der Aram ist fast fertig. Also als ersten Bodendecker habe ich hier eine kleine Nadelsims-Art gewählt. Die wollte ich für die Ränder verwenden. Zerkleinere das noch so ein bisschen. Das lässt sich dann einfacher bepflanzen. Da nehme ich immer so einen kleinen Büschel, Pinzette und dann kann es losgehen. Das ist jetzt Christmas Moos und das muss man eigentlich gar nicht großartig vorbereiten. Das kann man direkt so verwenden. Bei den Moos-Sorten muss man so ein bisschen gucken. Da gibt es halt total viele verschiedene Arten und vor allen Dingen grundsätzlich Sachen, die fest wachsen, wie das Christmas Moos. Deswegen habe ich das genommen. Es gibt aber auch Sorten, die sich nicht festkrallen. Die muss man dann aufbinden. Das ist ein bisschen, ja, etwas aufwendiger. Deswegen reicht das eigentlich ganz gut, wenn man das so zwischenklemmt. Man kann es auch festkleben. Vielleicht machen wir das nachher auch an ein paar Stellen. Das wäre der nächste Bodendecker Monte Carlo und das wäre einfach noch mal eine andere Blattform. Wir hatten jetzt ja so etwas Grasartiges. Das hat halt so rundere Blätter. Das wächst auch ein bisschen flacher, also haben wir hier auch noch eine andere Optik. Ich bin mal gespannt, wie weit der Thomas schon ist. Der mich schon eingeholt hat. Hallo. Wir müssen jetzt ein bisschen Deodricolarias hier vorbereiten. Ich weiß noch nicht genau, wie viel wir brauchen. Wir werden jetzt erst mal fünf Töpfe vorbereiten und den Rest für später aufheben. Das Schöne ist, dass hier kein Gel verwendet wurde. Das ist mit der Flüssigkeit. Die brauchen wir gleich nur etwas ausspülen. Das ist ein mega geile Polster. Schaut euch das mal an. Ist hier doch wieder Gel drin. Hier nicht. Doch da auch. Ist doch Gel drin. Gut, dann müssen wir die gleich einmal alle ausspülen. Wir machen das ganz unkonventionell. Wir nehmen meine Lieblingsschere. Das ist die da. Dann werden die Dinger einfach ganz schnell durchgeschnitten. Zack. Zack. Das sieht aus wie ein Hamburger. Dann werden hier kleine Setzlinge gesetzt. Und dann werden die mit der Superpinzette einfach hier reingeballert. Und das mache ich jetzt eine halbe Stunde lang. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir der ganze Bums gleich hochfliegt, wenn ich das Wasser reinlasse. Alter Falter. Warum denke ich mir immer so ein Mist drauf? Warum mache ich nicht einfach was Leichtes, so mit Plastikpflanzen, was irgendwie jeder Depp kann? Ich habe mir jetzt auch eine Kameraunterstützung geholt. Stefan. Sag mal Hallo Stefan. Hallo Stefan. Ne, ne. Hallo Leute. Hallo Leute. Frag mich mal was für den Arm die ganze Zeit macht. Der ist die ganze Zeit ruhig da hinten. Der sitzt in seiner Ecke. Hämmer mit seinem Meißel rum. So Herrschaften. Weil es hier keine Sprühflasche gibt, habe ich mir was gewastelt. Du weißt aber schon, dass das hier kein DIY-Format ist, ne? Wenn es hier keine Sprühflasche gibt. Mach dir mal deinen Salzstreuer da fertig. Ja, ich mache meinen Salzstreuer. Genau so. Habe ich jetzt ein paar Löcher reingebohrt und dann kommt das jetzt einfach hier drauf. Ein bisschen befeuchten können. Das ist schon mal besser als nix. Es war immer noch ein bisschen grob, aber dann haben die Pflanzen ein bisschen Wasser, weil die sonst austrocknen über den ganzen Vorgang hier. Als nächstes kleben wir ein bisschen Moos auf. Also ich habe jetzt hier so einen kleinen Splitter genommen und da setze ich jetzt was Moos drauf. Das heißt, ich mache so ein paar Tröpfchen von dem Kleber drauf. Und dann nehme ich mir so ein kleines Moospolster und drücke das leichter drauf. Achtung auf die Finger aufpassen. Und dann habe ich so einen kleinen Anker für die Pflanzen und das hält auch ganz fantastisch. Das setze ich jetzt als Bodendecker ein zum Teil. Also das kann man hier wunderbar an solche Stellen setzen, wo dann sehr viel Abhang ist. Weil der Stein hält das so ein bisschen zurück und das Moos halt nachher auch. Und das machen wir jetzt noch so für die letzten Details, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Es wird eigentlich immer total unterbewertet, dass man Moos halt auch prima als Bodendecker einsetzen kann. Eigentlich ganz hervorragend für Aquarien, die nicht so viel Licht haben oder wo halt keine CO2-Anlage dran ist. Und das ist übrigens ein blöder Nebeneffekt. Also man könnte auch Handschuhe anziehen. Aber manchmal, wenn es auch schnell gehen muss, bleibt dann was am Finger kleben. Okay, dann, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich doch probieren, noch einen kleinen Sand- oder Kiesweg zu erzeugen. Da habe ich vorhin ein bisschen was entdeckt in diesem Baukasten. Wollte nicht stören, ich musste kurz räuspern. Ähm, nee, das da wollte ich nehmen. Brauchst du das nicht? Ich habe es schon aufgegeben. Ich lege das kurz beiseite und nehme dann sowas mit. Ja? So. Kriegst du auch wieder. Dann füllen wir das mal am besten um. Ja, kein Wunder, deswegen sollte man das auch waschen. Das geht eigentlich besser, wenn der Kies oder der Sand trocken ist. Aber wir mussten den jetzt ja auswaschen, sonst gibt es gleich eine böse Überraschung. Dann haben wir so einen kleinen Sand- oder Kiespfad. So ein Kies- oder Sandpfad ist leider ein bisschen pflegeintensiv. Also den immer so in der Form zu halten. Es wird ja auch von Garnelen teilweise umgebuddelt und planiert. Dann muss man das wieder ein bisschen nachschütten zum Teil. Den Weg noch ein bisschen mehr mit Details ausstatten. Ich nehme jetzt nochmal hier ein paar von den Resten am Anfang. Erstmal wieder etwas sauber machen. Schafft einen ganz schönen Übergang. Gut, das wäre jetzt erstmal, denke ich, soweit fertig. Vorsichtig sein, weil wir haben jetzt so einen sehr filigranen Aufbau. Auch mit dem Gefälle. Und deswegen müssen wir beim Wasser einlassen echt ein bisschen Zeit mitbringen. Wenn der einmal da drauf passt. Okay, probieren wir das mal. Das kippen wir jetzt weg. Leute, fertig. Ich muss den Händewaschen gehen. Ich muss meine Hand waschen. Ich nehme euch mal mit. Moment. Gehen wir das mal angucken, ne? Alter, Finger weg aus meinem Aquarium, ne? Das hagelt. Hallo! Finger raus! Alter, was soll das denn? Ja, das ist nur ein Messer. Wieso hast du das da wieder reingeworfen? Ne, das… Was soll das? Lag da schon drin. Ich habe gar nichts gemacht. Ey, das ist eine Frechheit. Geh mal weg, ey. Du bist nur neidisch. Und was hast du dir so gedacht bei der Gestaltung, Thomas? Nichts. Nichts. Das heißt, wir müssen das da wegräumen. Wir werden das Aquarium hier einfach wegräumen. Und dann stellen wir das hier hin. Jetzt wirkt das erst mal. Schaut euch das an. Und jetzt, äh, Wasser rein. Guck mal, fühlt sich doch schon ganz gut. Aber ich bin richtig zufrieden geworden. Oh! Oh! Shit! Oh! Oh, ich bin fertig! Oh nein! Bei so einem kleinen Aquarium geht das manchmal gut. Wir werden es jetzt sehen. So, das läuft jetzt also von dem Eimer, der auf dem Aquarium steht, mit dem Schlauch hier rein. Und bis das hier fertig ist, können wir jetzt den Thomas ärgern gehen. Man könnte jetzt theoretisch noch warten. Man kann das mit dieser Eimer-Stauch-Methode machen, bis es oben voll ist. Aber da wir ein bisschen unter Zeitdruck stehen, machen wir das jetzt etwas rabiater. Das sind ja wahrscheinlich nur noch 15 Liter, die da reinpassen. Wenn man jetzt Deko abzieht und den Bodengrund abzieht. Ach, aber was machst du da? Ja, Wasser rein tun. Aber es ist ein falscher Platz. Da kann es leider nicht stehen bleiben. Also, das tut mir leid. Und jetzt? Das Wasser wollen wir noch mal raus machen. Easy. Es sind doch noch eine Minute. Okay. Ist das ernsthaft? Also, Thomas meinte jetzt ernsthaft, wir müssen das noch woanders hinstellen. Deswegen müssen wir das Wasser jetzt wieder raus, weil das zu lange dauert. Machen wir jetzt einen kleinen Trick. Tada! Soll ich dir helfen oder? Nö, nö, nö. Ich mache das lieber alleine. Wirklich? Ja, ja. Wünschen wir Aram viel Glück. Toi, toi, toi. Hop, 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 hop. Weiter, 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 weiter. Nein, nein, da nicht hin. So, dann haben wir jetzt auch dem Aram kurz geholfen, dass er das da ordentlich fertig kriegt. Wie macht ihr hier den Wasserwechsel? Also, hier kommt man echt super. Unbequem. Wir haben ein Füllsystem. Ah, okay. So, wir haben jetzt den neuen Standort, also wir haben es ganz schnell noch rüber getragen und jetzt müssen wir aber leider wieder etwas Wasser einfüllen und dann haben wir es aber endlich geschafft. Er ist da. Gar nicht. Ich bin ja schon längst fertig. Ach so. So, Leute, dann habe ich jetzt hier mein zweites Aquarium auch noch fertig gemacht. Noch eben gerade die Scheibe putzen und dann können wir ja mal gucken, ob der Aram wenigstens eins geschafft hat. Aram ist jetzt langsam mal fertig? Natürlich, schon seit Stunden. Seit Stunden? Ja, ja. Oh, nett. Warte. Okay, komm, wir gehen aber erst mal eins angucken, weil das Gastaquarium, das lasse ich immer ganz speziell in Erscheinung treten. Jetzt wollen wir noch mal über mein Meisterwerk sprechen. Ich habe mich an einem Iwagumi versucht. Du als Jurymitglied kannst ja mal gerade deinen Senf dazu geben. Also ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ich bin eigentlich auch recht zufrieden. Gut, die Utricularia muss halt noch ein bisschen wachsen. Aber erzähl doch mal, was du da so sagst. Sehr puristisch, wie sich das gehört, finde ich immer Gummi. Du hast es sehr akkurat gepflanzt und es ist nichts hochgekommen. Das habe ich auch beobachtet aus dem Augenwinkel. Ja, das habe ich richtig gut gemacht. Dicht gepflanzt, das macht natürlich von Anfang an einen guten optischen Eindruck. Und ich drücke die Daumen, dass es auch so bleibt, weil die Pflanze... Wir haben sie vorne in meinem Aquarium. Da wächst sie richtig, richtig gut. Ich habe jetzt praktisch das gleiche Setup hier nochmal neu gemacht. Einziger Unterschied, das hattest du mir ja vorhin schon, das andere Aquarium war schon ein bisschen älter. Das hat schon so vier, sechs Wochen gelaufen gehabt. Das ist jetzt ganz frisch. Aber so, was hast du zu meiner Harzcape-Leistung? Das ist auch besser als deine, oder? Ja, tausendmal. Finde ich auch. So, gehen wir mal dein Aquarium angucken. Also ihr habt es jetzt auch gehört, der Ara findet mein Aquarium viel, viel besser. So Leute, wie sich das halt gehört. Ihr seht schon, es ist ein bisschen longer geworden. Aber lassen wir mal an den Aquarium wirken. Dann kann er uns kurz was erzählen. Ja, das ist es. Also wie gesagt, ich habe so ein paar Steine reingeschmissen. Darf ich bewerten? Du musst doch mal eins bewerten. Ja, genau. Richtig schön geworden, muss ich sagen. Bepflanzung so, naja, da muss ich sagen, ist meinunglängen besser. Aber das geht es gut. Erzähl mal, was ist denn deine Intention dazu? Wie gesagt, ich wollte ja was mit Drachenstein und sowas, was auch in Richtung, man nennt das ja Diorama-Stil geht. Also eine Unterart des Aquascaping, wo man wirklich versucht, ein landschaftliches Apfel zu erzeugen, was so ein bisschen aussieht wie eine Überwasserlandschaft, aber halt unter Wasser gebaut. Kann man sagen, das ist ein Fluss oder eine Schlucht, das kann man ja etwas offen interpretieren. Das wäre gut. Was hast du für einen Pflanzenden? Ich sehe hier, du hast auf jeden Fall einen Moos. Ja, genau. Verschiedene Moose. Komischerweise im Vordergrund, wundert mich ein bisschen. Oftmals wird das ja nach hinten gesetzt, für die Tiefenwirkung. Du hast aber auch lieber Elocharis da hinten genommen. Genau, die wird noch ein bisschen höher. Die wird ja, denke ich, so hoch werden, dass also an den Seiten die Bepflanzung an den Rändern wieder hoch geht. Viel Bodendecker. Also da hinten ist noch die Monte Carlo drin. Die ist jetzt, dadurch, dass sie eh mehr ist, eigentlich ziemlich lang. Die wird nachher eigentlich… Hast du aus dem Topf genommen oder aus dem Vitro? Ne, in Vitro. War eine gute Portion. Also ich habe die jetzt zwar schon ordentlich versenkt. Ne, einfach tief gesetzt. Aber… Und ich muss jetzt gerade sagen, wo wir gerade… Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über die Filtergeschichte. Mit dem Hängefilter ist auf jeden Fall die geilere Idee gewesen. Man sieht es echt fast gar nicht. Also nur ganz leicht. Aram, hast du es schön gemacht. Jetzt seid ihr dran. Oh, hast du mir das in die Schulter geklopft? Ja, ne. Das war ein Versehen. Hab ich das auch gemacht. Jetzt seid ihr dran. Abstimmen. Wer ist besser, es geht wieder um Eis, ne? Ja? Ja, es geht immer um Eis. Eine Kugel oder was? Ein Eis. Wassereis. Ein Eis. Also wir haben uns jetzt überlegt, dass das eine geile Sache wäre. Ich kann mal kurz vorgehen. Der Tobi war noch nicht wieder da. Aber Aram wäre jetzt der Erste, der es live macht. Herr Tenendo hat schon. Ich lasse jetzt meine Gäste alle unterschreiben. Und Aram ist der Erste, der es jetzt auch live im Videomandag. Da gibt es ein Signum drauf. Wo willst du hin? In die linke Ecke? Da so? Super. Da ist es perfekt. Ich hoffe, ich kann auch schreiben. Schön gemacht. Stimmt ab. Oben ein Dingstar, Boomstar hier. Infokarte. Da könnt ihr abstimmen. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen unterhalten. Ihr hattet Spaß und Freude. Aram, danke, ne? Ja, ja. Ist gut. Ja. Ist gut. Super. Viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.